Hallo, mein Name ist Amaya Schaukengert und ich möchte dir in diesem Video die Plattform Giftkühlradar etwas näher vorstellen. Fast täglich müssen unschuldige Hunde, Katzen und Wildtiere grausam sterben, weil brutale Tierquäler vergiftete oder mit Rasierklingen gespickte Leckerli ausgelegt haben. Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Da werden Rasierklingen in Hackfleisch versteckt, Brot mit Angelhaken präpariert oder es wird die Leberwurst mit Rattengift gespickt. Das Ziel ist immer das gleiche. Dein Hund soll sterben und du sollst einen möglichst schmerzhaften Verlust erleiden. Meldungen über derart skrupellose Angriffe auf Hunde häufen sich dramatisch. Allein im Jahr 2015 wurden durch den Giftkühlradar mehr als 2100 Giftanschläge auf Hunde registriert. 116 Hunde sind dabei qualvoll ums Leben gekommen. Mehr als 150 wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Dabei schrecken die Täter oftmals nicht einmal davor zurück, neben den Tieren auch Kinder in Gefahr zu bringen. Immer häufiger werden die sogenannten Giftkühler in der Nähe von Spielplätzen oder gut besuchten Parkanlagen gefunden. Die Polizei tappt bei derartigen Anschlägen oftmals im Dunkeln und die Unsicherheit unter den Hundehaltern und Eltern wächst von Tag zu Tag. Du kannst der potenziellen Gefahr vorbeugen. Der Giftkühlerradar warnt dich täglich und selbstverständlich kostenlos vor vorsätzlich ausgelegten Giftkühnern und mutmaßlichen Gefahrenzonen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Warnungen erfolgen dabei weihweise per E-Mail oder unterwegs auf der Gassirunde in Kombination mit der Push-Benachrichtigung durch unsere Apps für iPhone und Android-Smartphones. Darüber hinaus versenden wir zweimal wöchentlich eine ebenfalls kostenlose Zusammenfassung der aktuellen Gefahrensituation für deinen Wohnort. Um vorsätzlichen Missbrauch und Falschmeldungen vorzubeugen, prüfen wir die im Giftkühlerradar gemeldeten Fundorte. Dafür holen wir uns beispielsweise bei Veterinärämten, Tierärzten und Polizeidienststellen sachdienliche und zusätzliche Informationen ein. Wenn auch du ab sofort ohne Angst mit deinem Hund Kassi gehen möchtest und wenn wir auch dich in Zukunft vor tödlichen Gefahren kostenlos warnen sollen, dann trage deine E-Mail-Adresse hier einfach ein. Ich würde mich freuen, dich als ein neues Mitglied in unserer riesigen Community begrüßen zu dürfen. Denn der Wahnsinn muss endlich ein Ende haben. Im Rudel sind wir stark und daher jetzt hier mit deiner E-Mail-Adresse anmelden.